Guten Abend meine Damen und Herren, ich freue mich, dass uns Herr Fischer und Herr Lüftin die Gelegenheit gegeben haben, den Luzerner Zeichner und Maler als Stuttenberger zum ersten Mal im Kunstmuseum der Luzerner auszustellen. Wir danken Ihnen sehr herzlich. Wir sind Frau Christine Anglick und ich, wir waren beide jeweils durch unsere Eltern mit dem Künstlereng verbunden und es war uns seit Stuttenberger Tod vor fünf Jahren ein Herzenswunsch, den Namen aufzuarbeiten und diese Arbeit in eine Buchpublikation einfließen zu lassen. Dieses Buch liegt jetzt vor und begeltet die Ausstellung. Sie ist somit der Höhepunkt und der vorläufige Abschluss unseres Projekts. Und da danke ich mich nur an allen Verantwortlichen des Museums für die äußerst fachkundige praktische Übersetzung des Ausstellungskonzepts, hier einfach an Frau Gabriel Schaab, sondern auch der Angegerstiftung für Kunst und Kultur, die die Ausstellung finanziell bloß sie unterstützt hat. Bedanken möchten wir uns auch bei den Beigebern, der Ausstellungen und bei allen Menschen und Institutionen, die uns bei der Realisierung des Buches so wunderbar geholfen haben. Ohne die Bereitschaft von Sponsoren das Projekt zu unterstützen und ohne die Einwilligung von Stuttenberger Sammlungen, Sammlern, Abbedingungen und Werke zur Verfügung zu stellen, hätte das Unternehmer nie ausgeführt werden können. Ich hoffe, Sie können sich mit uns über das, wie ich meine, sehr, sehr anstrengende Ergebnis trauen. Auch Herr Stuttenberger hätte wahnsinnige Freude gehabt, während er auch zu seinem Lebzeiten in seinem Kunst im Kunstmuseum Konzern überlegt worden. Dieser Wunsch ist ihm nicht erfüllt worden. Aus verständlichen Gründen, wie ich einweilen möchte. Ernst Stuttenberger war eine äußerst schwierige Persönlichkeit. Seine Kunst war schwer einordbar, physisch war er schwer erfassbar und emotional war er schwer entschützbar. Wie ein Chameleon seine Farbe wechseln kann, so konnten Ernst Stuttenbergers Stimmungen schwanken. Heftige Wutausbrüche und spontan geäußerte Fröhlichkeit lag auch unmittelbar nebenan. Die mit dreidem Dienst, aber sogar mit dem Spachtuch fast rot gemalten und farbintensiven Bilder des ersten Raums dieser Ausstellung hier sind unter anderem Ergebnisse einer außerordentlichen Aggression und Wucht mit der Stuttenberger an die Leinwand zu gehen. Bilder dieser Art konnten die vielmittelbare Folge eines Wutanfalls entstanden sein und machen den nicht mehr unter uns leidenden Künstler auch heute noch ungeheuer präsent und spürbar. In Stuttenberger steckte aber auch eine Liebeswürdigkeit und eine fast kindliche Fröhlichkeit. Sie konnten einen sehr stark für ihn eingehen. Dieser sensible, mitunter verletzliche, jedenfalls kontassievolle Schubbärger kommt besonders deutlich in den Arbeiten zum Ausdruck, wie im letzten Raum der Ausstellung zu sehen sind. Da erzählt er auf kämteren Blättern Geschichten, die er erlebt hat, die er sich ausgedacht hat, die ihm vielleicht die längste Zeit in ihm spuchten und denen er vor allem im Alter dann frei gemacht ist. Zwischen diesen beiden Polen seines Temperaments rollte die Ausstellung er schüttende er als rast- und ruheloses Leben in Form seiner Bilder auf. Er lebte und malte die meiste Zeit außerhalb seiner Heimatstadt Luzern. Als junger Künstler hielt er sich hauptsächlich in Paris und in Mailand auf. Ab den 80er Jahren ließ er sich in Österreich hinter. Eigentlich war er immer unterwegs, mit der Bahn zu Fuß auf dem Pferd. Er war immer in Bewegung. Wie ein Phantom taugte er überraschend aus den dunklen Wändern des österreichischen Waldviertels bei seiner Galeristin oder bei Samen in Luzern auf, zeigte seine jeweils neue Hinterproduktion und verschwand ebenso plötzlich wieder wie er gekommen war. Er hetzte nach Paris, nach Sermon in Lothringen, früher auch nach Rheinland, wo seine frühverstandene Frau Therese Staffelbach arbeitete, oder später zurück nach Wien, wo seine spätere Lebensgefährtin Marianne Stein unterlebte. In dieser Rastlosigkeit war die Zeitlage weiterer Grund, warum der Kunstleister verantwortlich in Kunstinstitutionen so schwer machte, sich mit seinem Werk intensiv auseinanderzusetzen. Ernst Schürtenberger mietete oder besaß gleichzeitig mehrere Unterkünfte, zeitweise sogar am selben Ort, immer aber an verschiedenen Orten. Man möchte fast meinen, dass Schürtenberger seine Behausungen akkumulierte, sowie er maßlos alte und gebrauchte Alltagsgegenstände sammelte. Wie sollte man sich also über ein Werk orientieren können, das zwischen Luzern, Praktis, Meiler, Wien, Lothringen und dem österreichischen Waldviertel verstreut, in Dachkammern, in einer Habdruckwilla, in einer verfallenen Luftschmiede, in einer Scheune oder in einem Kutstall landete? Selbst wenn man sich die Mühe gemacht hätte, in der einen dieser Orte des Künstlers harthaft zu werden, bedurfte es einigen guten Willens, mit seiner Art zu leben, zurechtzukommen. Der Horror war, wo ich, in Ernst Schürtenberger ein Lebensüberzug gewesen zu sein habe. Wohin immer er gezogen ist, hat er sich Binnen kurzer Zeit so eingekriegtet, wie er es seit seiner Kindheit offenbar gewohnt war. Sein Chaos, sein Unordnung, seine Sammelnut war schon seiner Mutter ein so großer Dorn im Auge, dass sie es war wie ihm die geheimnisvolle und vielleicht dadurch berüchtigte Dachkammer in der verrufenen Eisengasse zu besorgen. Diese Eisengasse, diese Dachkammer, stopfte er dann allmählich mit seinen Bildern voll, die nahezu tätig entstanden sind und die sich auf Bett, Stuhl, Kommode, Tisch, buchstäblich zwischen alten Kaffeemaschinen, zersprungenen Tälern, rostigen Besteck, kaputten Grammophonen und ausgedienten Dreheuren, die Schürtenberger auf dem Schutting-Frockenhaus auf Flohmärkten zusammen gesammelt hatte, stand. Alle diese Dinge brauchte er für seine Dinge ab. Die Patina inspirierte ihn, gewisse Fachtöne im Bild zu erzeugen und sie renkte ihn zur Malerei und gebrauchene Fachtöne zur Maleurmalerei an. Neben den häuslichen Inspirationsquellen war Schürtenberger aber auch immer mit dem internationalen Kunstgeschehen Bestens vertraut. Dies studierte er nicht nur in den Museen Modernen Kunst in Paris, sondern auch in den Straßen und Gassen in Saint-Jean-Albert, mit seinen damals angesagtesten Kunsthandeln und Blumen und Galerien. Das französische Informe, die jurische Abstraktion und der abstrakte Expulsionismus waren in der Burg Bestens vertraut. Er könnte Zeitzeuge gewesen sein, als Christophe die Rue Bisconti in Paris mit Ölfässern verbarrikadierte und als die affischisten Plakate von der Welt rissen. Ernst könnte gesehen haben, wie Yves Klein seine Modelle mit seinem berühmten Unterraumerinblau bewahrte und über Leinwände rollen ließ, oder wie Künstler des Nouveau-Réalysen in Kellergalerien in inszenierten Mutteranfällen Wegenstände zerbrochen. Schürtenberger kannte sicherlich die großen Leinwände der Amerikaner, die sich unter dem Einfluss der Werbeindustrie mit dem Rund-Gelb-Blau-Akkord beschäftigt. Er saugte altes auf und verarbeitete es in seiner Malerei. Der Rund-Gelb-Blau-Akkord wird ihm bis in die 80er Jahre begleitet, genauso wie die Abstraktion, der gegenüber er ein ambivalentes Verhältnis eingehen wird. Trotzdem bemühte er sich immer wieder zur klären und künstlerischen Fragen. Durch die Abstraktion lernte er zum Beispiel den Umgang mit der Farbe Weiß kennen. Mit der Anerkennung von Weiß änderte sich um die Künstler in der Mitte der 80er Jahre seine Wittsprache. Er malte Szenen oder einzelne Figuren. Einen gewissen Anteil seines Werkes nehmen und dabei auch Aktbilder ein, deren Weibliche Akte dem ehemaligen Milieu der Eisenbisse nicht dahin treffte. Sobald Figuren seine Bilder dominierten, hüpfte er seine Anfänge als Zeichner an. Die Farbe tritt ab der Mitte der 80er Jahre immer mehr in den Unterkunft, die reinen Unkristrainien wurden zum Gestaltungsmittel. Der Maler ist vom Zeichner Herrn Schultenberger eigentlich gar nicht zu trennen. Um die Schreinerlehrer doch noch erfolgreich abschließen zu können, riecht man dem Lehrling Herrn Schultenberger sein hervorragendes Zeichentalent zu perfektionieren und seine handwerklichen Defizite wegzumachen. Im letzten Lehrjahr besuchte Schultenberger daher die Kunstgewerbeschule und begründete damit seine Laufbahn als Künstler. 1959 hatte Schultenberger seine erste Ausstellung bei Josef und Erika Ebingen in der Galerie an der Reuss und fiel dort zuerst mit seinen Zeichnungen, dem damaligen für unser Vater des Kunstmuseums Luzern, Herrn Peter Althaus, auf. Die Zeichnung auf Papier wird ihm dann sein ganzes Leben lang eine Fingerübung sein. Es verging hochstäblich kein Morgen, an dem er nicht mindestens eine Zeichnung machte. Im Spätwerk erweiterte Schultenberger seinen Zeichnungsbegriff. Ab den 90er Jahren malte er Zeichnen auf der Leinwand. Gleichzeitig entdeckte er sein Innerleben als unerschöpfliche Funkengrube für seine Bildmotive. Szene, die ihn an seine Kindheit erinnern, kleine Alltagserlebnisse in einer Weiz, lustige Typen mit karakteristischen Kopfbewegungen, Merkens- und Bemerkenswerte, Physiognomie, interessante Kopfformen und absurde Szenen, die er vielleicht sogar noch zu steigern verstand, befüllt man seine Bildbilder, aber auch seine Papierarbeiten, wo er interessanterweise farbiger dann darstellt wird als auf der Leinwand. Die späten Papierarbeiten, im letzten Raum in dieser Ausstellung ausgestellt, zumeist Kämperers, sind erstaunlich opportun. Es gibt meines Wissens keine vergleichbaren Arbeiten anderer Künstler. Selbst der Begriff abbrüht, greifend wirklich um diese kindlich-fröhlichen, manchmal auch frivol, abgründigen und mitunter brutalem Motive restlos zu klären. Sie bleiben einstweilen noch Schurtenberger's Geheims, wie überhaupt der Künstler und seine Malerei die Kunst des Sehkonzins beherrschte. Schurtenberger war kein Amstrakter, aber er malte auch ungegenständlich. Er war ein Maler in der Tradition der Moderne und verstand sich doch in kritischer Distanz zur modernen Malerei. Er lebte die meiste Zeit im Ausland und fühlte sich doch als Ängste verbunden. Ernst Schurtenberger entzog sich auch einer unbefangenen Annäherung an ihn selbst. Er konnte zwar liebenswürdig, freudig, mitfühlend und großzügig sein, aber auch impulsiv, eruptiv, aggressiv, verzweifelt, verlässlich und einsam. Vor allem die selbst gewählte Isolation ließ seine Malerei so erfrischend, lebendig und unabhängig sein. Schurtenberg als Malerei erfüllt er mit Qualitäten, die für mich das Wesen moderner Kunst auch ausmachen sollte. Sie ist intensiv, sie ist emotional, sie ist authentisch, kurz sie lässt einen nicht halt. Sie hat eine Seele. Meine sehr geehrten Damen und Herren, dies alles und noch vieles mehr können Sie in dem Buch nachlesen, dass die Schurtenberger Ausstellung begleitet. Dieses Buch versucht einen Spandat zu machen. Weil ich den Künstler ja aus externen Nähe und aus ganz privaten Sicht erkannte, ließ es sich stellenweise berühmteristisch und anekdotisch. Gleichzeitig haben der Herr Peter Althaus und ich uns in dem Buch auch Gedanken über Schurtenberg als Kunst gemacht. Wenn Sie Ausführungen über Kunst nicht interessiert, dann lesen Sie nur die Absätze zu den vielen absurden und spannenden Geschichten, die an Schurtenberger in seinem Leben auch geführt hat. Vielleicht interessiert Sie aber auch nur, etwas über seine Kunst zu erfahren, dann überspringen Sie doch die Anwendung. Wenn Sie gar nicht lesen möchten, dann schauen Sie sich bitte die hervorragenden weiter reproduzierten Bilder an. Und wenn Sie das auch nicht wollen, dann gibt es noch den bekannten Film, Ernst Schurtenberger, Tage im Barock von Tobias Ineich und Bernhard Weber, den uns die beiden Filmemacher freundlicherweise als DVD für diese Publikation sogar vorgestellt haben. Es kann Ihnen aber auch geholfen werden, wenn Sie überhaupt nichts von dem interessiert, was ich bisher erwähnt habe, dann sollten Sie es deshalb nicht verabschieden, um dieses Buch in Ihrem Haus zu haben, weil es hinsichtlich seiner außergewöhnlichen Gestaltung und wegen seiner hervorragenden Druckqualität als Kunstprojekt gilt. Bitte kauft Sie es! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!